Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zum elften Part von Deadpool mit eurem Blue Gecko. Da geht's auch schon weiter. Genau, wir sollten jetzt zu unserem Freund da oben hin, weil wir so wichtig für den Kampf sind. Blablabla. Stürb. Nein! Er soll doch stürmen, nicht ich. Danke. Redeport. Super. Oh, wie blicke ich gerade nicht ganz durch. Ah, da ist noch jemand. Also da. Oh, wie blicke ich gerade nicht ganz durch. Tschüssi. Oh, if you were still breathing, you would have loved that. Oh. Nochmal tschüss. Missed you, babe. Whatcha doin' up there? Hey, baby. With the app. Atop this platform are three statues. Choose one. Retrieve the spirit and bring it here. Horror? Destruction comes in Groups of three. Fill these statues. Set us free. Hm. What a beautiful poem. So true. What the fuck does it mean? Äh. Lick mich. Keine Ahnung, was er jetzt wird. Ich mag einfach blau. Don't worry about me. I work in Videocampen. See no evil. The color of nightshade. Okay, jetzt in dem Licht sieht man's auch. Wow. 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 Ne, jetzt garantiert unsichtbare Gegner. Oh, cool. Äh, darf ich da durch? Nö. Doch. Ah, hier. Oder? So cool. Oh, äh, da drin. Oh, äh, da drin. Schaut mal. Oh, am Ende ist Regenbogen. Yeah. Ja. Ja. Schaut. Okay, just to take that. Oh, und da drin noch einer. Gf. Komm her. Komm her. Sein lieb. Schuhe. Äh, nö. 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 Ich bin schon nicht mehr, ey. Doch, da drüben eventuell. Dann sieht es noch nach einer Stufe aus. Ei, ei, ei. Oder auch nicht, oder auch nicht. Aua. Hoch da, danke. Ah, hüpfen. Hüpf, hüpf, hüpf. Oh, no. Das ist doch mal lecker. Schön Pünktchen wieder. Obwohl ich ja gerade erst so schön shoppen war. Egal, man kann nie genug Punkte haben. The spirits are this way. Hm. Oh, hammer. Spitzhacke. Ich darf nichts davon mitnehmen. Oh, ich falle. Ha, wusste ich es doch. Tada. Umsonsten, dass sonst meine Symbole sein. Jep, sauber. Das ist nicht ein Zombie. Das ist ein Klon. Du lieb. Kommt zurück. Kommt zurück, Junge. Wir sind jetzt mal ganz, ganz leise. Ähm. Habt ihr da echt stehen? Wehe, der dreht sich jetzt um, dann kriegen wir anfangen. Und hier geht's. Tschüssi. Wie hat der mich jetzt auf einmal gesehen? Das ist doch kotig. Egal. Ach, da ist er. Unser Freund mit dem Schussschild. Komm her. Genau. Do you not bleed? Doch, du Blut. Wie ne Sau. Oh, was ist das jetzt für ein Schild? Das kenne ich als Ant. Komm. Stimmt. Habt ihr. Hast du dich ein bisschen schneller stammt? Nicht. Oh, 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 oh. Nicht ich. Du. Nochmal neu starten. Darf ich nochmal schleichen? Na komm. Sei lieb. Lass mich schleichen. Na, 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 na. Äh. Nee. Freilte Stelle. Was ist das für ein Schild eigentlich hier? Holla, die Wallp. Alter, Leute. Das reicht. Weißt du, dass die Schüsse mich hier tierisch nerven von dem Pferd an? Ah, aber jetzt kann er nicht mehr schießen. Booyah. So. Bereits lang. Da geht's nicht lang. Okay. Hallo. Danke sehr. Geschirr Einmal kurz hier in Deckung gehen Energie aufladen lassen, ne Ich war am liebsten Sie wollen einen Doktor haben Schauen wir mal an das Ohi, ohi, ohi Hey, da haste recht Schottgang sind cool Toll, jetzt sehe ich die ganzen Explosiven Fässer hier, das ist uncool Die hätten sie sich ruhig mal früher melden können Kann man da hoch? Nein, komm nicht Da ist ein Motorboot Ist es ein Motorboot? Oh, we love Motorboating! Hopp off, my darling Oh, mein Gott Have I ever told you that you're my favorite dead girl? Wait, what the hell? Was so klar War so klar Hey, hey, hey! Was ist hier? Geh hier! Das Schaue des großen Mutantens der Transmutation. Unter seiner Regeln hat die Gesellschaft gelernt, dass die Griefe seinen Preis hat. Toll, jetzt bin ich ganz nass. Lötow, guck! Auf, ne! Oh mein Oh! Oh mein Oh! Voll abgenugt hier. Meine Fresse. So, dann... Da ist ein Knopf. Da ist ein Schalte. Große Schalte. Ähm, ja. Hey! Staunen! Der Pulio, der Amazing! Der Pulio, der Pulio, der Pulio, der muss wissen, dass der starken Triumph über die Woche oder der starken Triumph über die starken Triumph. Nur der gewisse Schalte, der findet die Balance. Das... Warte, 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 warte! Hä? Was will da? Und nö? Ähm... Ja. Ähm... Hä? Egal. Äh... Ah, jetzt darf ich... Aha, aha. Was soll das jetzt hier werden? Ah! Ich will mich zu groß sein! Ja! Nichts! Ja, jetzt habe ich ihn! Ja. Auf die... Warte, warte, warte! Warte, warte! Ja! Warte, warte! Ja, warte, warte, warte! Warte, warte! Nein! Ähm, nett. Nette Stimme. Schwinger! We promised to put in our game. It's serious. You were supposed to be the pizza delivery guy from my apartment in Level 1! Ops. Falsche Waffe. Ow. Sorry. Hau ab. F*** dich. Verschwinger. Peanut Butter? Peanut Butter Jelly Tom! Peanut Butter Jelly Tom! Wird bloß Pizza. Wow, you are one lucky guy. Cause that would have taken most people's heads. Clean off! Don't go! Au! Warum verreckt der nicht? Exakt. Outing him. Dead Pulio, the amazing! The amazing Dead Pulio will now read your mind. You are guessing of a number between one and ten. Vier. Your number is? Aha. Äh, zur Auswahl an Zahlen stehen. Banane? Elefanten könnten sich den Weltraum nicht vorstellen, aber sich daran erinnern. Äh, hä? Oder... Die Titten von Death oder die von Rogue. Keine leichte Entscheidung. Äh, Banane. Ja. Wie auch. Ich denke gar nicht. Ja. 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 Das war der Test. Ähm... Geil. Nehm ich mal die... Dicke Waffe hier. Du Nerfling! Stirb doch endlich mal! Man hat ja so einen riesen Kopf, aber den Kopf darf ich nicht treffen oder kann ich nicht treffen? Scheiße! Und cool! Stirb doch endlich mal! Danke! Schwinge! Und weggesagt! Tricksack! Ähm... Finale Test, Finale Test, Finale Test. Den finden wir bestimmt irgendwie, äh, gar nicht. Ähm, ja. Oder da oben. Da komm ich aber nicht hin! Au! Oder vielleicht hier. Toll. Auf! Oho! Shiny! Shiny! Oh, Lollipop! Da muss ich doch irgendwo hochkommen! Ah, bin ich krass! I should wear it! Man gibt das viel Erfahrung mehr! Uh, let's go! Dead Bullio, the amazing! Yeah! I am Dead Bullio! Prepare for the ultimate battle! Battle? Rock! Gott! Äh... Was schlägt Stein? Na, äh... Papier! Was schlägt Cowboy? Äh... Ninja! Was schlägt Fuß? Was? Äh... Armageddon! Scheiße drauf! Was schlägt Elefant? Äh... Maus! Was schlägt Feuer? Äh... Wasser! Das gewonnen! Der gewonnen hat, du scheiße! Sorry! Thomas schlägt! You have done well! Return to claim the spirit! Yay! I am coming! Äh... Zurück in him! Au! Ba-ba-ba-daaah! Eine Dick-Titten-Fee! Cool! Juhu! 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 I'm back! Wait! You're back! What happened? Some murdering! Some solving! And all I got was this spirit and a statue! What a gym! Spirit! Of course! These must be the spirits that are linked to the mutant corpses sinisterous after down here! No wonder his clones are crawling all over them! Catch! Booyah! Juhu! Schau kurz! Ach, sind wir die selbstmörder? Eieieiei! Dich mag ich nicht mehr auf! Cool! Macht man nicht so Kraft, Leute! Das ist uncool! Ich bin ernst hier, der die Kraft machen darf! Und ich fahr gleich runter! Sorry, klingklinge! Haben Sie klingklinge mehr! Komm! Geh kaputt! Lass dich schmetzeln! Danke! Was jetzt? Klingkling! Schon wieder Klingkling? Kling! Klingkling! Klingkling! und tschüss voll abgenobt was? der ist weggehubscht, warum ist der weggehubscht? uncool tot ich denke schon eine statue einführen schlabbalab noch zwei geister, wir müssen alle machen dann nehmen wir doch einfach mal den hier die klone werden zurück ich bin sicher nicht dann Terreno Nommero Zwo was ruschelt du so um mich rum, Mädel? g Ah, nicht der schon wieder. Sein scheiß Power-Schild oder was ist das? Keine Ahnung. I don't know. I don't know how to eat it. Aber jetzt weiß ich, dass mich dann die Gegner einfach tierisch anfissen. Genau. Aha. Ich glaube, die kriegen mehr Power, wenn dieser rote, orange oder was auch immer Schild da ist. Lobt ihn jetzt so. Au, und geköpft, sauber. Gib mir die Lollipop. Stuck. Schön. Ähm. Ähm. Bleibende Zeit, wofür bleiben wir? Ai, 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 ai. Das ist doch, sag mal. Hallo, Leute. Ihr seid uncool. Geht mal kacken. Oh, oh, nein. Das ist ja exklusiv besser, dass wir hier ins Ding hauen. Ich sehe ja nicht mehr, wer da schmeißt. Das ist uncool. Okay. Auch wenn ich sie sehen würde, ich glaube, ich könnte sie gar nicht mehr treffen. Ihr seid mir irgendwie zu... Ah, da ist sauber. Hoppala. Weg da. Oh, oh, oh. Je, der kommt kurz. Nein, 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 nicht dagegen hauen. So weit. Jetzt. Aha. Na komm, stirb. Stirb, du. Sag ich jetzt nicht. Vielleicht läuft jetzt mal das Kinderprogramm. Ha, ha, ha. Nein. Nein, schon. Du willst ein Mustard mit dem? Ja. Hm. Die zentere Leder. Die Leute sind nicht sehr gut an folgenden Direktionen. Sie sind nicht mehr so gut an folgenden Direktionen. Sie sind nicht mehr so hochwertig, bis nachdem ich war tot. So, und den Rest des, 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 ja, der zweiten Herausforderung machen wir dann einfach mal im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Denkt bitte daran, dieses Video zu bewerten und Comments einfach unten reinhauen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.